Mit der Rückkehr zu der im Osten der Insel Hispaniola gelegenen Dominikanischen Republik schließt sich nun allmählich der Kreis unserer Mittelamerikarundfahrt. Vor der Ankunft am Ausgangspunkt in La Romana legen wir jedoch noch für einen Tag am Hafen der sehenswerten Hauptstadt Santo Domingo an. Unser Spaziergang durch die koloniale Altstadt beginnt am Parque Colón. Bereits die Namensgebung des Parks weist auf Christoph Kolumbus hin, der die Insel 1492 für Europa entdeckte. Als erste von Europäern gegründete Stadt der Neuen Welt verfügt Santo Domingo natürlich auch über die älteste Kathedrale Amerikas. Auf dem weiteren Weg durch die seit 1990 UNESCO geschützte Altstadt genießen wir das höchst ansprechende koloniale Flair. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Calle Las Damas gilt als älteste Straße der Neuen Welt und wurde von Damen der Gesellschaft regelmäßig für Abendspaziergänge genutzt. Hier befinden sich bedeutende Gebäude aus der Kolonialzeit, wie etwa das Pantheon de la Patria, ein ursprünglich als Kirche konzipiertes Gebäude. Heute dient es als letzte Ruhestätte für die bedeutendsten Persönlichkeiten der Republik. Musik Ganz in der Nähe befindet sich ein weiteres historisches Gebäude, das Alcazar de Colón. Der Palast wurde von Kolumbus Sohn Diego für den spanischen Vizekönig erbaut. Auch die Ruinen des ersten auf dem amerikanischen Kontinent erbauten Klosters können hier besichtigt werden. Mit der Rückkehr zum Kolumbus Park und einer verdienten Erfrischung geht unser Besuch von Santo Domingo zu Ende.